So, gemütlich hinsetzen, 3 to survive, warten auf andere Spieler. Wer braucht denn da so lange? Oder drückt nicht die, wie ich grad sagen, ey. So, wen nehm ich mir denn mal? Okay. Okay. Können wir hier auch was bauen, oder was? Stator, Helmet. Ich glaube, ich nehme einfach mal da oben den General. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Warte. Okay. Ganz andere Dinge. Wo, wo, wo gehen die, warum gehen die schon weg? Hier sind Shops! Was macht der? Wo sind hier Shops? Ich bin hier gerade ein bisschen... Ist der hier unten, meinst du? Hier oben auf der Karte Ja, Fahr muss ich auch noch mal machen Was denn Fahr? Haha, wie ich schon lese das so leben, mein Gott Ja, aber es passiert nichts Nee Alleine Old Version, Current Version, Neuen Na ja, ich gehe dann auch mal los Alex hat vorhin noch einen Bilder Hier ist auch ein Bilder, das steht in der Base Oh, down Hier ist alles voller Leute, ne? Ist schon witzig Wollen wir uns eigentlich auch überhaupt mal irgendwo treffen? Ja, das frage ich mich ja auch, ja Also ich gehe gerade da hin Kann man nicht pingen, ne? Hier vorne links hin, wo so ein paar Leute sind und bauen Oh, schön die Resident Evil Musik Also ich werde mich ja einfach mal einbauen, glaube ich Ich weiß nicht so recht, was der Sinn ist, aber... Ich glaube, Retouch spielt die öfters Ich habe keinen Clou, was man dieser mehr machen muss, ne? Finde ich eigentlich echt nicht gut, ey Ich bin unten bei Bobs Gans und hol mir erst mal Waffen Reset Damage aus dem Soldier bei 800, das ist doch gut Geht so was für eine Tech Speed Nö Geht nur Damage, was ist denn das 800? Kaufe ich mir erst mal eine MP5 Ich habe eine MP5 Wo ist denn Alex? Alex ist da, wo wollen wir hin? Ich weiß nicht, ich wollte hier oben mal gucken, was hier passiert Wo man hier irgendwie... Ja, weiß ich nicht, wo wir hinwollen Ich weiß noch nicht so recht, was hier überhaupt abgeht, Alter Aber warum geht denn der Trigger nicht? Ja mein Lord Ja mein Lord Ja mein Lord Grave 2 Der Medic heilt sich gerade selber Medical Plant Ah ja Tante hängt hier aufgeknöpft Ah, nicht schlecht Oh, da ist irgend so ein Lager mit einem Wachtturm Oder so Geh ich mal hin Hier ist ja nichts Oh, mein Builder ist tot Anscheinend Hier ist ja nichts Und tot Oh, da oben wird ja gekämpft Das heißt, ich muss da mal hinlatschen Oh, mein Typ ist gestorben Okay Ja, mein Builder lebt noch Ah, mein Builder lebt auch noch Ach nee, mein Typ ist nicht tot Ja, man kann sich auch rescue Oh, da kommt ein Humvee Ein Support Humvee Wie geil ist das denn Da kann man was kaufen Wo ist denn mein Alex Ich komme Ich komme Doof, dass das nicht angezeigt wird Da unten ist der Support Haben wir Alex Dem kann man heftig einkaufen Ich baue jetzt erstmal ein bisschen So, hier muss man nochmal sagen, was das jetzt soll Automatisch Gamefloor Ich baue hier mal alles Oh, hab hier gerade mal ein Spotlight hingebaut An der Ecke Was ist? Ich kann mal noch upgraden Okay, na Hauptsache die Die Random-Einheiten Machen gefühlt alles Die werden sich halt erstmal Ja, wir müssen uns anscheinend erstmal einbauen Ich habe nur kein Gold Ich habe gar nichts Unsere Stadt wird belagert Unsere Stadt wird belagert Ja, da oben kommt richtig viel Alex Oh ja Na, ich habe nur gedacht Ich bleibe hier mal in meinem Tierwitz stehen Und dann gucken wir mal Ich habe mich mal hingelegt Für mehr Schaden Man kann sie auch hinlegen Ja, meine Granate Kann ich aus dem Legen mich springen? Ich kann dem Legen springen Und ich bin ganz langsam Ich glaube, die wollen uns Ich glaube, ich will meinen Turmöme reparieren Ich habe nur kein Geld Weil ich mir der M4 gekauft habe Die plus 800 Schaden macht Der General gönnt sich halt gerne was Ich kann da auch nichts mehr entwickeln Weil ich auch kein Geld mehr habe Was? Was machen unsere Typen denn da? Der kriegt Liegende Mungo Ich kann nicht wissen, wie viel Ist schon einer gelieft Interessant Zombies haben ja auch irgendwie nur 350 Leben Ja, bis jetzt Was ist denn? Meine Granate ist F Ja, da ist so ein dicker Fettimack Wum bum bum Nein Da Und ich weiß nicht, was er hier macht Ich habe gehört, er wird rasieren Ich muss jetzt aber wieder ausstehen Wenn er da darf Ich glaube, er hätte sich einfach barrikadieren sollen Und nur in eine Richtung anverzogen Dass kommen könnte dann so mit richtig barrikaden Das geht nicht Das geht bestimmt nicht Ich glaube, hätte man trotzdem barrikaden Vor den Türmen Ja, das oder so Wie spätestens für Bosse Weißt du, was für cooler ist? Ich gehe einfach nach oben Nein, ich stehe hier auf dem Dach Ihr könnt mich alle machen Ob ich auch runterspringen kann Oh oh Da ist Fetty mit 35.000 Leben Oh, hier vorne Experimental Freak, ja? Ja Der ist auf meiner Basis zurück Ja Wo ich meine Handgranate mal auspacke, wenn er gleich kommen sollte Die überhaupt nichts gemacht hat an Damage Kann ich mich unverwundbar so machen? Ich glaube, ich bin das unverwundbar Oh 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 Ich glaube, ich bin gleich hoch Alter Ich werde hier heute direkt nicht rein Ich glaube, ich sollte mal weg gehen Ich bin tot Ich bin tot Ich weiß nicht, wo ich bin Ich bin hier frisch hier oben Okay Okay Ich weiß nicht, ich habe nichts verloren Ich habe alles verloren Ja Man fühlt da sehr, sehr Differenziert Das war Ichuto Ich meine, wenn ich damit fach Ich bin doch mal Ich werde immer den anderen nicht nehmen Ich lebe die einfach wieder Dauert nur 2 Minuten Oah, da bist du wieder Alex, dein Hero läuft weg Warum läuft der weg? Ist der doof? Alter, das macht 900 Automat-Chaos-Schaden, ey. Das ist ein gutes Geschütz. Oh, ich hätte gerne 150. Dann würde ich mir nämlich einen Bunker bauen, haha. Oh, da ist ein Helikopter, da kannst du dir noch einen neuen Builder und alles machen. EIN BATTLE TANK, wie geil ist das denn? Die Map ist cool. Ja, wir hatten ja auch gerade mit so einem 30.000 HP-Fiech zu kämpfen, ne? Kannst du sagen, ja. Jetzt muss er sich mal nicht so anstellen hier. Alleine alle. Keine Ahnung wie viele Level. Alle 10 Level 0,2 mehr Damage. Critical. Das wird dann ja easy. Ist ja gar nicht so gut. Aber ich verstehe den Trigger immer noch nicht. Ja. Oh mein Gott. Wie kann ich mich jetzt hier schütten, Alter? Noch ganz unerauffällig. Matti, spammt da rein. Nein, lauf da weg, Robongo! Oh. Kann man sich nicht mehr kontrollieren. Okay. Kann mal einen Typen ge... Was hast du denn jetzt für einen Trigger-Shelz gemacht? Ich hab die Zeit vorhin auch schon gemacht. Ja, ich kann es aber nicht mehr machen. Ja, aber ich kann meinen Helden nur steuern. Ja, aber irgendwie alle anderen anscheinend nicht. Ach, jetzt geht's wieder. Danke. Ja, jetzt kann der nicht an dem Minus B legen. Vielleicht werden wir da nicht gerendert. Ist doch auch gut. Ach, so unauffällig, Alter. Oh mein Gott, K. Oh mein Gott, K. Oh mein Gott, K. Ist doch der Moti-Hack. Nein. Immer noch Auto-K. Hier. Ist jetzt gar nichts. Also dafür, dass wir so auf den Sack kriegen, schlagen wir uns hier eigentlich ganz gut. So, Alex. Ich baue jetzt hier einen Bunker. Wo hast du einen Bunker? Da, wo meine Bilder in der Mitte stehen, unter meinem Held. Okay, ich baue mal einen Bunker, dann können wir da vielleicht rein. Ja. Jungen, was denn da oben für ein Viech? Voll das Ultra-Zombie. Wo? Da oben. Verkloppt gerade alles. Ah, jetzt wurde er weggegrenadet. Alter, permanentes Mist. Was ist das denn? Okay, es blinkt auf der gesamten Hölle. Gerade. Gerade geht. Kann ich eine Bunker rein? So kann ich eine Bunker rein. Lass mich in den Bunker. Wie geil. Ich stehe daneben und er sagt, Ziel aus der Reihe. Ja, jetzt bin ich in den Bunker. Geht das? Reinforce Bunker to make it stronger. Beladen. Es muss eine Einheit sein, die ich selber kontrolliere. Tut mir leid. Ich sitze hier im Bunker mit 20.000 Leben. Egal, hier steht. Steht gerade. Hier kann nicht gelandet werden. Ausbau abgeschlossen. Mein Geschütz da auch. Oh, in einer Stunde ist fast immer... Oh, Alter. Ja gut, in einer Stunde muss ich zur Arbeit. Ja, du kannst hier auch nicht eine ganze Stunde lang spielen. Ein bisschen... Ein bisschen Matsch. Ja, wenn man hier in so einem Bunker sitzt, schon. Ja, da kommt ein Auto. Der gute alte Hamvi. Ja, ich hole mir mal die Minigun. Plus 1600 Damage. Die Minigun für 600. Die Handschuhe der Hast kann ich mehr kaufen. Kann ich nicht, weil er sie nicht kauft. Gib mir die Handschuhe der Hast! Mann! Wieso, es funktioniert hier nichts. Komm mal her Alex, wo bist du? Ich geh runter, 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 runter. Hier, MP5 liegt da auf dem Boden. Nein, mein, ein Atom herum ist kaputt. Alle raus hier! Raus! Barrikade, strong, effective, effective structure. Na, da haben wir vier direkt neben mir. Und ich kann nicht kaufen. Warum kann ich nicht kaufen? Eier, hast du kein Geld? Ja, ich habe aber eigentlich genug. Die Handschuhe, die ich mal kaufen wollte, kosten eigentlich 120 und ich habe 130. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich verstehe das nicht. Oh, da kommt wieder Fetty Mac Wum Wum. Er ist tot. Wie ist er dann so schnell gestorben, Alter? Da ist mein Bunker. Oh, habe ich oben zugemacht, damit sie um das Geschütz rumlaufen müssen? Oh, damit sie mir das Geschütz nicht wieder zerballern, ey. Hier, ich baue hier nochmal eine Lampe hin. Ich weiß kann. Ein Spotlight. Wie ist das? Ja, geht auf. Small Automated Turret Ich finde meinen Bunker da unten schön Der blockt da auch irgendwie den Durchgang Kann das sein Warum bin ich ein Consciousness? Ich hätte gerade noch gelebt Ach na gut, dann bin ich ein Consciousness Warum auch immer Ja, ich auch Ich steh neben dem Bunker und ich bin außer Reichweite Ja Sehr gut Dankeschön Die machen das Die machen das Wie kommen sie durch? Oh Gott Wenn die Türme regnet dann erst Ja, weil sonst nichts mehr lebt Der Einzige der noch lebt beim nächsten mal muss man sich hier viel mehr einbunkern nein mein bunker macht das wir müssen einfach nur oben auf das haus rauf und das verbarrikadieren ja hier an den häusern oben über uns jetzt ist doch so eine leiter an der seite links und rechts da bin ich vorhin auf das haus rauf geklettert mit ach so dann warum machen wir das denn nicht dann rest uns doch mal nie und lass uns das haus rauf ja warte ich probiere es geht nicht minus weh jetzt tippen das alle alle verstehe ich nicht ich gebe die karte ins forum ins hackforum naja aber in 20 sekunden leben wir ja wieder maddie ne dann sind wir endgültig tot glaube ich nicht wir werden es ja bei dir sehen dann weiß ich ob ich lieben muss ja jetzt bist du jetzt bist du bist du endgültig gestorben ok ja das war auf jeden fall also eine stunde du bist du jetzt wieder ne ich bin ja ein ander soldier achso ja 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 ja